Wir haben wieder alle die nächste Jünger. Bei der Neuzeit war jetzt das Wörterwehr von Thüringen. Vereint mich, Römer und Friedrich. Ich erinnere mich. Widerstand! 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 Widerstand Nachdem der Polizei bekannt wurde, dass am heutigen Samstag zu einem Spaziergang in Greiz aufgerufen worden ist, kam die Landespolizeiinspektion Gera unter der Führung der Landespolizeidirektion am heutigen Samstagabend in Greiz zum Einsatz. Neben Polizeibeamten der Landespolizeiinspektion Gera selbst kamen Polizeibeamte aus Sachsen, Bayern und der Bundespolizei zum Einsatz und natürlich weitere Kräfte der Landespolizei in Thüringen. Entfernen Sie sich einzeln und nicht als Gruppierung. Mein Name ist wirklich in der Schöne.